Hallo zusammen zu Avatar Franchise of Pandora. Ich bin hier schon am fliegen. Heute die Jagdhütte. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Ich bin erstmal gespannt. Das ist schon eine schöne Landschaft. Hier in der Steppe. Na gut, die Schrotzflinde ist wahrscheinlich nicht am besten. Okay, das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Man kann ja ausweilen. Ich habe vergessen, wie. Jetzt komme ich aber auch so gar nicht auf die Tastenkombination. Naja, ich habe es ja abgehängt. Aber ich muss echt gucken. Schauen wir mal, wie das war. So, Geschwindigkeit. So, jetzt bin ich hier noch vorbei. Was soll denn das? Keine Konzentration. Okay, so sieht man nicht gefährlich aus. Okay, soviel zudem sieht erstmal nicht gefährlich aus. ich wollte schon im Innenhof landen. Okay. Ich bin mit dem soweit. Ich bin mal raus. Oh, schön, schön. Ich bin mal ein bisschen abgelenkt. Kommen sie nicht so nach mir. Kommt, wie sollen der mich jetzt gesehen? Okay. Okay, der ist platt. Der ging mir nämlich jetzt auch echt auf die Nassen. Lass uns dieses Ding schnell finden. Lass uns dieses Ding schnell finden. Irgendwo. Irgendwo. Komm ich hier irgendwo runter? So. Ohne so tief springen zu müssen. Glitz. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Ja. Wo bin ich jetzt? Wann sehen würde ich mich hier oben nicht kriegen. Hallo? Hallo? Was ist denn da hinten? Eieieiei. Auf den Blitzen ist geil. Okay. Das ist was ganz anderes sehe ich gar nicht. Aber hier müsste mindestens noch einer sein. Das ist irgendwo unter mir auf die Stimme. Da ist er. Neu aufstellen. Oh nein. Hold her. Das ist hier. Was ist hier? Das ist hier. Das ist hier. komm der jetzt noch her nichts wird draußen da gehe ich jetzt nicht hat funktioniert bin drin wer will so was ekelhaft ja sieht krass aus mann kopfschuss kraftschuss langenbogen ok was ist denn bei ihnen los die blauen wehren sich ein bisschen so wie immer klartext ich habe die berichte wir wissen wo es unmengen sacro knochen gibt mehrere container davon einen ganzen frachtraum jagen sie ruhig ihren verdammten schätzen hinterher aber falls wir dadurch probleme bekommen war es das verstanden ich ziehe mich zur förderanlage zurück ich werde mehr platz zum manövrieren brauchen wie sie meinen mercer ende nicht erfreut vielleicht hört sie jetzt auf mit der sie wird ihre beute nicht einfach aufgeben aber diese hier wird sie verlieren dann sind ja überall hier leichen okay ich habe hier eine stimme gehört da sind noch ein paar und in dem Moment habe ich hier drin nicht gerechnet scheiße was für einer ich brenne hier wo ist die hölle mit dem flammending habe ich ja mal gar nicht gerechnet das macht mir aber gar nichts ich bin eher so der überlebenstyp ich kann mich auch beeilen du wirst nicht mal bloßen mhm ich weiß dass du hier bist die ventile muss sie drehen und dann hier noch ich räuchere dich aus wenn es sein muss habe ich jetzt man kann man mal machen was ein vieh das war bisher der stärkste Und das für einer Pyro-Veteran Flammenwerver Tolle Wurst Krasses Ding Geht nicht auf Wir richten uns in der Kühlkammer mit so einem Ding Ok Hier 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 Das System hat sich abgeschaltet. Oh stimmt, das ist die Ausfallsicherung. Du musst sie unterbrechen und dann neu starten. Okay. Wo mach ich denn das? Nicht das Ding. Da hin. Aber wie komm ich da hin? Ah, drei durch jetzt. Ha. Aua. Kopf gestoßen. Gefahr. Der Fan-Face wurde abgeschaltet. Unter keinen Umständen versuchen, das System wieder neu zu starten. Der Fan-Face wurde abgeschaltet. So, das ist toll. Gut machen. Das ist so toll. Gut machen. Aber ich muss das Ding mal ein bisschen ansprechen. Ich brage das Ding. Aber ich habe auch sehr gut gemacht. Ich habe mich schon mal gesehen. Okay, kein neuen Gegner. Hab ich ja schon. Hallo? Na toll, jetzt krieg ich da die Kurve nicht. Oh. Hat schön bumm gemacht. Hier stinkt es nach Blut und Metall. Beißen Schaf und nach Tod. Wo ist Harding? Hast du sie? Hardings Leute wussten, dass wir kommen. Sie sind geflohen. Vor uns davon zu laufen war Weise. Das ist Sakru. Es ist schon lange bei Ewa. Was wollen sie nur mit alten Knochen? Die Toten sind leichte Beute. Harding sucht nach einem Ort mit mehr davon. Einen Friedhof? Die Kluft der Tränen? Sosul ist dort. Wenn er versucht sie zu stoppen, töten sie ihn. Wir werden ihr Lager angreifen. Ich versammle die Krieger. Soll ich zur Kluft reiten und Sosul warnen? Posten? Kommen. Das Schreckensquerteam wurde vernichtet. Nehmt eure schmutzigen blauen Hände von meinem Dach ein. Ihr Ton gefiel mir nicht. Warne Sosul. Niemand wird mehr unter ihnen leiden. So, abgeschlossen die Jagdhütte. Ich will mal gerade noch was schauen. Weil da war ja irgendwie noch ein Lager in der Richtung da hinten. Neue Quest. Die Kluft der Tränen. Da ist Feuer. Tolle Wurst. Cool. Was ist denn da los? Das sind viele. Kann ich vielleicht schön da durchlocken. Vorbei? Ist Harding tot? Nein, Zotlek. Sie ist geflüchtet. Dann sollten wir sie jagen. Aber ihr Team ist noch draußen. Sie suchen etwas. Einen... Sacrofriedhof. Die Kluft der Tränen? Ich kenne ihr Lied. Es ist seltsam, aber wunderschön. Die Himmelsmenschen würden es nicht verstehen. Harding will die Stoßzähne. Sie bringen... viel Geld. Menschen überraschen mich oft. The Stoßijns gegen den Scheren, eigentlich war's. Ich kann man überraschen. Die Himmels принимieren... All Hitler. nicht jetzt was war denn das scheiße jetzt läuft ja echt keiner durch oder was warum laufen die nicht dadurch man ja die halten schon ein bisschen was aus hier ich glaube da bin ich noch ein bisschen klein vom level eigentlich wo ist noch einer? ist aber nur so ein mannequin so da steckt aber auch noch was im das habe ich jetzt mal nicht gesehen doffer hätten wildexperte koronis nest koronis iam ok griechendes moos so cool so aber eigentlich wollte ich mal gucken was wir hier gemacht haben irgendwie eine müheinsorgung oder sowas mehrjungfrauenschwanz dann verstehe mehr war da nicht, was ist denn das für ein riesen ding? für steiner da warm, der ist ja riesig krass ok ach die dinger sind das verstehe, mal gucken wo der mich hinbringt, mitten ins lager, tolle wust ok lieben das war's für heute ich freue mich auf die nächste folge mal schauen ob ich da gleich die luft der tränen angehe sinnvoll wäre das wahrscheinlich vielen dank und bis zur nächsten folge liken und abonnieren bitte nicht vergessen bye bye